Die Reparaturwerkstatt von Publibike befindet sich in der Lorraine. Hier reparieren wir alle 2000 Velos von Publibike. Die Publibike Logistik liefert die defekten Velos an und deponiert sie vor dem Werkstatteingang. Wir bringen die zu reparierenden Velos in die Werkstatt. Wir arbeiten ergonomisch, das heisst, wir müssen die schweren Velos nicht heben. Diese Arbeit macht ein elektrischer Lift für uns. Wir kontrollieren die Velos und schauen, was kaputt ist. Meistens müssen wir Pneus, Schläuche, Bremsen, Körbe und Settel reparieren. Wir reparieren das Velo. Wir stellen die reparierten Velos zur Endkontrolle bereit. Wir machen die Kontrolle mit der Checkliste. Sie sind motiviert, arbeiten gerne im Team, reparieren gerne Velos und können Velo fahren. Dann sind Sie in der Werkstatt von Publibike richtig. Nach der Endkontrolle sind die Velos für die Auslieferung an die verschiedenen Stationen bereit. Jetzt holen die Logistiker von Publibike die Velos bei uns wieder ab. Die Logistiker von Publibike